Diese komische Achterbahn entdeckte ich heute auf meinem Minecraft City Build Server und als ich zu dieser genauer hinging, sah ich, dass zwei Spieler gerade dabei waren, sie zu bauen. Tatsächlich wusste ich aber schon von vornherein, dass diese Achterbahn nicht schön ist und dass sie auch nicht funktionieren wird. Als ich aber zu den Spielern hinging, waren sie super überzeugt von ihrer Achterbahn, bis ich mich dazu entschieden habe, ihm einfach eine coolere zu zeigen und sie mir sagten, dass sie diese unbedingt haben wollen würden. Tatsächlich kann ich das nicht einfach so schenken, entschied mich deswegen dazu, ihm diese erstmal zu geben, was sie aber nicht wissen, nur für 24 Stunden. Denn für jeden Like auf dieses Video bekommen sie jetzt für eine Stunde länger die Achterbahn und für jeden Follow, da ich sie für weitere Projekte unterstützen möchte, jedes Item einmal mehr, was der Top-Kommentar in die Kommentare schreibt. Die Serveradresse für den Java und Badrock-Server ist meloncity.de. Folge für mehr...